hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bedwars mit mir dem tor dem tobi und dem flori und wir spielen heute auf der map aridia größe 4x5 und ihr fragt euch jetzt so hey warum größe 4x5 das macht keinen sinn aber doch macht es weil wir mit unserem klan zusammenspielen stopp mal ist das bei euch auch so dass nur ein anderer noch in der runde ist nein nein noch einer ist da noch das ist jetzt nicht unser ernst oder was soll denn das für eine runde werden es ist einfach ein zweier team und ein einser team da wo ist die branche ach ja ich hab sie perfekt was wir sind mehr teammitglieder als insgesamt in der runde ich wette wir hätten die runde trotzdem noch gewonnen zumindest hätten wir die versucht wir uns freien bild hat ja kommen alle nur bronzer ich muss ja erstmal den richtigen torben ausfahren ja gut beide aufgeräumt ich dachte schon das wäre langweilig da muss ich schon beide holen doch guck mal rot hat geläftet nice flow alter ok das habe ich eigentlich auch glaube ich gesagt wo wir kennt man denn was welches team ja was soll denn jetzt passieren das baut sich einfach keiner in die mitte guck mal da wer bist du crafting kille so lass mal spaß haben ok ha wirklich spaß haben nein nicht runter bauen spaß mit dem haben ja ok dann brauche ich mal also ich habe es so geil weil die mir einfach alles zuwerfen gerade lieber euch meine leute ach guck mal er baut sich rüber ist ja freundlich ach guck mal da kommt das ist entgegen das ist mal der florian oh ne sack so warte lasst ihn bauen lasst ihn bauen lasst ihn bauen ja du steckst ihn in die spielzeit gewirkt weil man das macht ja ich habe echt gerade schugetten leute kauft euch schugetten was passiert hier ich bin in den wolken über den wolken muss die freiheit wohl grenzenlos sein ja tobi wirft einfach mit bögen umsehen floh floh sagst du ich überlebt den sprung von hier oben ich weiß gar nicht wie hoch hier sein hier ich bin alleine hier ich habe ihn guck mal floh denkst du ich überlebt den sprung warte warte ähm warte noch einen moment ich muss das abschätzen tobi sagst du ich überlebt den sprung wetten jetzt abgeben warte wo bist du wo bist du hoch nein überlebst du nicht das sind mehr als 25 blöcke alter das du nur du nur langweiler ich glaube ich gerade ich baue über ab und wieder scheiße meine spitzackels lol und dann sind die blöcke einfach zu ändern junge wie hoch will der sich denn noch bauen wer denn ja der gegner baut er sich hoch ich hab den gerade getötet ja ich hab den gerade getötet der ist unten in seiner base ja der hat sich dann halt hochgeballt mein gott wie sagst du der floh der ist aufmerksam ja bin ich einer steht einfach in unserer base achso der keyboard key so wo ist denn der andere ist in team ach hier team rot ha oh gott ey wieso ist das so ey ähm warte mal können wir mal bitte unser gold auf gravi bomben sparen 0 mir wird gerade gold zugeworfen oder enderperlen 9 ach enderperlen ist langweilig wir müssen diese runde gewinnen das wird schwer oh in der tat ja auch geil mir wird auch das gold zugeworfen hast du mir hier zu drücken du bist ein richtiger sack und ich hätte vier gold ja leute wir haben ein problem das bett von team grün wird jetzt gerade zerstört nein das wir haten dich keyboard langweilig das ist langweilig so nicht meine freunde der leichten und seichten unterhaltung auf sprüche von anderen youtuber zu kopieren mach ich gar nicht schluss lol wir haben einen goldspawner in unserer base hey der kann einen bogen haben hey wo ist denn hier das eisen leute ich hab's versucht leute ganz vorne ach so ach ich bin so ein goldspawner aus ne so nicht keyboard keys ach ja leute ihr wollt euch doch nicht ernsthaft rüber bauen ne ja er hat sich voll in kurz mit eisig schwert und allem mit eisig sau verdient leute ich hab ne neue challenge guckt euch das mal an was mit kuchen warte kann man jetzt nein lass mal dann hat man immer was zu essen dabei nein oh das funktioniert nicht schade ich doch das funktioniert das wäre mir egal wolltest du dich mit kuchen bauen oder was wir brauchen mehr kuchen wir brauchen mehr kuchen wir brauchen mehr kuchen ja das ist unsere challenge ich klappe mal das team grün da ach ne da ist gerade einer von uns warte welche challenge war das die so richtig geil war ach da baut sich jetzt auch schon einer ach der toll ach der toll challenge oder welche ach die clash of clans challenge ach ja super ja die müsste wir gleich machen boah leute ihr könnt euch auf etwas freuen auf ein feuerwerk boah ich hab schon vergessen wie genau die ging ja sagen wir jetzt auch nicht ach du scheiße kuchen stacken sich ja nicht ne ne ich hab jetzt ne metafeln kuchen ich hab 12 gold aua ich will aber mehr kuchen ich will alles voll mit kuchen haben guck wir müssen das so machen einer muss blöcke bauen auf dem weg und ich baue die kuchen nach ok los gehts komm wer hat blöcke ich das war schön gleichzeitig gesagt Flo wenn du mich jetzt runter baust wie denn wenn du hier rum sprichst ich weiß dann haben wir verloren dann haben wir verloren das ist jetzt wichtiger als jedes runter bauen diese kuchen ich habe tu die spitze weg komm ich hab was viel lustigeres wieso ist der kuchen weg weil du da drauf rum gesprungen bist ey ah der hat nen oben das passt was wieso wieso machst ich glaub wie die tatsplattform vorhat aua können wir jetzt mal weiter mit kuchen bauen ah Junge der kann doch nicht auf kuchen schießen ey ich hab das gefühl der will die runde noch gewinnen ernsthaft respekt dass der noch nicht geläftet ist gelieft nein geläftet nein gelieft bist du doof geläftet gelieft 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 ach komm leutchen ja geil ich baue jetzt echt nen dschungel woraus denn aus pflanzen setzt du die siblings da ne ich baue gerade welche ab ne der baum war da schon ok boah wer hat den nick hier abgemacht hehehehe Tobi ich bin jetzt echt auf dich angewiesen ich hab mein weltafer kuchen und nen dschungel dabei zum handpflanzen zum handpflanzen jetzt kannst du rüber ja jetzt nicht mehr ach welcher trottel hat denn das ganze gold komm mach einmal mach einmal der hat doch jetzt keine Tobi du musst mir die blöcke geben der hat ne enderperle der will das beenden ey wo ist denn der ey hier ich hab blöcke nein man kann sich hier immer ernähren wenn man hier drüber rennt das ist prima praktisch los bau blöcke guck mal der steht da oben ey hier ne blöcke ne blöcke aua Tom ich stell mich in den weg er darf dich nicht töten nein du musst blöcke bauen ich hab keine blöcke nein ich darf nicht sterben nein oh god jetzt muss ich meine Kuchen verwerten oh god ich hab den Sprung geschafft Flo oh man lass uns hier mal so ein riesiges Ding aus Kuchen bauen wie denn ja hier so so eine Plattform über den Volk über den Volk ey nicht aufessen nein die hab ich mit Liebe gebacken hör mal auf jetzt einmal das einmal das ich vollmacht einmal das ich vollmacht nein Mann das ist gemein naja gg Leute aber trotzdem respekt dass der nicht geläftet ist gelieft ähm falls ihr auch mal mit uns in unserem Clan spielen möchtet joint einfach unserem ne so einfach ist das ja gar nicht ne sendet mir ne Freundesanlage genau ne Anlage bitte an den Tobi der Tobi ist dafür da oder der Romakuch und ähm falls ihr Bock habt dem Video eine positive Bewertung zu geben oder ihr müsst euch auch online sein steht euch natürlich nichts im Wege das könnt ihr gerne tun ebenso ist der Abonnier Button Abonnieren Button schön rot gefärbt unter diesem Video einfach mal drauf klicken dann kriegt ihr auch 100 Euro als Belohnung wir sehen uns morgen wieder bis dahin achso vielleicht machen wir ja morgen schon die geile Challenge also ihr müsst morgen vorbeigucken bis morgen heute rein und ciao